Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge. Zugeschaltet ist uns der Mönch Pater Karl Wallner. Er gehört zum Stift Heiligenkreuz, unterrichtet dort Dogmatik an der Hochschule Benigte 16 und er ist der Nationaldirektor der Päpselmissionswerke in Österreich. Pater Karl, ich möchte mit dir in dieser Sendung sprechen über den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Es ist so, der Sonntag nach Ostern ist ja der zweite Sonntag der Osterzeit. In der Tradition der Kirche ist eigentlich der Weiße Sonntag und früher haben an diesem Tag viele die erste Heilige Kommunion empfangen. Bei mir war das noch so. Heute ist die erste Kommunion in dem Verein oft weiter, in der Osterzeit später dann. Im heiligen Jahr 2000 hat der heilige Papst Johannes Paul II. diesen zweiten Sonntag der Osterzeit zum Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit erklärt. Das war damals am 30. April im Jahr 2000 und damals hat er auch die polnische Ordensfrau, Schwester Faustina Kowalska, heilig gesprochen. Und dieser Schwester hat Jesus im Rahmen von Privatoffenbarung gesagt, Ich wünsche, dass meine Barmherzigkeit festlich am ersten Sonntag nach Ostern gefeiert werde. An diesem Tag werden die äußersten Tiefen meiner Barmherzigkeit als Zuflucht für alle geöffnet sein. Jene, die gebeichtet haben und an diesem Tag die heilige Kommunion empfangen, erhalten nicht nur die Verzeihung ihrer Sündern, sondern auch den Nachlass der Strafen, die sie dafür verdient haben. Zur Vorbereitung auf dieses Fest wünscht Jesus ab Karfreitag die Novene zur göttlichen Barmherzigkeit. Ich wünsche auch, dass die ganze Welt meine Barmherzigkeit kenne. Ich verlange danach, unermessliche Gnaden jenen Menschen zu schenken, welche auf meine Barmherzigkeit vertrauen. Thomas, ich beginne das Ganze ein bisschen zu sortieren, damit die, die jetzt hier über KTV zuschauen, ein bisschen eine Einordnung haben. Es geht zu Ostern um die Vergebung der Sünden. Jesus stirbt am Kreuz, nicht um uns zu beweisen, dass es nach dem Tod weitergeht, sondern er stirbt am Kreuz, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt. Das große Thema von Ostern ist also Auferstehung nicht bloß in dem Sinn, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, sondern daran, dass Gott uns die Sünden vergibt und dass es ein versöhntes ewiges Leben gibt. Also, dass wir in einer Gemeinschaft, in einer versöhnten, versühnten Gemeinschaft mit Gott leben können. Also, der Inhalt von Ostern ist Erlösung im umfassenden Sinn. Deshalb will die Kirche, dass du in der österlichen Zeit das Bussakrament empfahlst. Das ist das absolute Minimum für einen Katholiken, dass er in der österlichen Zeit Vergebung der Sünden erhält. Der Grund dafür ist, dass Gott sich seinem Wesen nach als die Barmherzigkeit geoffenbart hat. Die alte Kirche, also die Kirche bis zum 6. Jahrhundert ungefähr, dann hat die Kindertaufe das abgelöst, aber hat in der Osternacht die Erwachsenen getauft. Und Taufe bedeutet immer Vergebung aller Sünden, die vorher waren. Die Taufe ist das eigentliche Sakrament der Sündenvergebung. Wir haben im Heiligenkreuz heuer wieder drei Perserinnen gehabt, drei erwachsene Perserinnen, die unser Vater Wolfgang getauft hat. Es sind auch sonst in der Erzdiözese Wien hier mehrere Erwachsene getauft worden, viele, die aus dem Islam gekommen sind. Was immer die vorher gemacht haben, die Sünden sind ihnen vergeben. Dann wurde den Getauften, den Neugetauften, in dieser Osternacht, wo sie getauft worden sind, ein weißes Kleid angezogen. So wie heute den Kindern bei der Taufe ein weißes Kleid. Und die haben dann dieses weiße Kleid, so gut es ging, muss man sagen, in der Öffentlichkeit auch getragen, eine ganze Woche lang, weil die Kirche feiert Ostern, also das Fest der Erlösung, eine ganze Woche lang. Das ist eine Oktav, in der wir jeden Tag singen, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Also die Kirche hat nicht damit genug, dass wir das Fest der Erlösung einen Tag feiern, nur einen Sonntag, Ostersonntag, sondern eine ganze Woche lang. Und in Österreich haben wir auch den zweiten Tag, den Ostermontag, deshalb sogar noch arbeitsfrei. Aber eine ganze Woche ist es ein liturgisches Fest, wo man das feiert. Und dann haben die Neugetauften am Sonntag danach, sind sie wieder in die Kirche gekommen und haben dann die weißen Gewänder zurückgegeben. Dann ging es weiter in die Normalität. Deshalb heißt dieser Sonntag nach Ostern, der Oktavsonntag, Dominika in Albis, auch weißer Sonntag. So, jetzt kommt die Schwester Faustina Kowalska, Jesus erscheint ihr und sagt ihr, dass seine Barmherzigkeit mehr verehrt werden soll und dass wir uns mehr holen sollen, dass seine Barmherzigkeit, dass es nicht ausgenutzt ist. Also wenn Jesus kommt, dann eigentlich nicht, weil er was von uns will, sondern weil er uns etwas geben möchte. Er möchte keine Leistung von uns, sondern er möchte eigentlich, dass wir ihn mehr ausnützen. Diese Ströme, diese Strahlen, die da jetzt aus seinem Herzen kommen, so wie damals schon bei der Herz-Jesu-Erscheinung an die Margareta Maria à la Kock 300 Jahre vorher. Also auf jeden Fall. Und dann bittet eben Jesus, die Schwester Faustina Kowalska, dass durch diese Novene von Karfreitag bis zum Weißen Sonntag gebetet wird und dass am Weißen Sonntag besonders eben jetzt die Barmherzigkeit Jesu verehrt werden soll, der Barmherzigkeitssonntag. Und eben der große heilige polnische Papst mich hat diesen Wunsch von der Schwester Faustina Kowalska erfüllt. Er hat dann, wie du vorgelesen hast, den Sonntag nach Ostern zum Barmherzigkeitssonntag erklärt und irgendein Zeichen des Himmels war es ja, dass er am Barmherzigkeitssonntag, beziehungsweise am Abend vorher, aber mit der Vespa beginnte schon, dass er am 2. April des Jahres 2005 in der Vigil des Barmherzigkeitssonntags gestorben ist. Also das war ja ein deutliches Zeichen auch dafür, dass hier irgendwie etwas Übernatürliches ist durch diese Konstellation, weil wenn du stirbst, das kannst du dir nicht aussuchen. Und dass der Papst genau am 1. Samstag im Monat, 2. April, um die Zeit, wo er immer den Rosenkranz vorgebetet hat über Radio Vatikan, dass er in der Vigil des Barmherzigkeitssonntags gestorben ist, ist schon irgendein Zeichen dafür, dass wir den Barmherzigkeitssonntag ernst nehmen sollten. 1931 verlangte Jesus von der Schwester Faustina, male ein Bild von mir, vielleicht kannst du es gerade hochheben, so wie du mich siehst und schreibe darunter, Jesus, ich vertraue auf dich und verbreite es zur Verehrung in der ganzen Welt. Und die Verheißung, die da damit verbunden ist, jenen, die dieses Gnadenbild verehren, womit sie an der Quelle der Barmherzigkeit Gnaden schöpfen können, verspreche ich, dass sie nicht verloren gehen. Und jetzt kommen wir zu Vorschlägen, wie vielleicht Mitbrüder, wenn sie denn mögen oder überhaupt die Möglichkeit haben, so einen Sonntag der Barmherzigkeit in der Pfarrei gestalten können oder auch an einem Heiligtum. Erstens, öffentliche Ausstellung des Gnadenbildes der göttlichen Barmherzigkeit. Zweitens, Verwendung des Messformulars der göttlichen Barmherzigkeit. Drittens, Aussetzung des Allerheiligsten und Beichtgelegenheit. Und natürlich die Vorbereitungsnormen zur göttlichen Barmherzigkeit, die eben schon am Karfreitag begonnen hat. Pater Karl, und jetzt komme ich zu einer Zuschrift, da geht es um die Beichte. In diesen Offenbarungen werden wir Gläubigen eingeladen, an diesem Sonntag zu beichten und die Heiligkommunion empfangen. So einfach ist es nämlich gar nicht mehr, zur Beichte gehen zu können. Lieber Herr Pfarrer Thomas Maria Rimmel und lieber Pater Karl Wallner, in unserer Region gibt es absolut keine Beichtgelegenheit mehr. Ich kann Ihnen eine Anekdote erzählen von meinem letzten Beichtversuch. Nach dreitägigem Studium des Internets und der Pfarrbriefe von zwei Landkreisen in Deutschland haben wir tatsächlich eine einzige Beichtgelegenheit gefunden. Es handelt sich dabei um ein Cisterzenzerkloster. Wir mussten uns dort telefonisch sogar voranmelden, um dort beichten zu dürfen. Nach einer Anfahrt von circa 30 Kilometern sind wir dann frohen Mutes Richtung Beichtstuhl marschiert, keiner da. Durch die Kirche marschiert mindestens dreimal, keiner da. Dann auf Fährtenzuche rund um das Kloster nach dem Beichtvater, keiner da. Neben dem Beichtstuhl haben wir dann eine Klingel gefunden, die elektrisch offen lag. Ich trage einen Herzschrittmacher und hätte mir einen tödlichen Schlag holen können. Trotz Klingel, keiner kam. Nachdem wir dann mehrere Stunden gewartet haben, kam jemand. Es war der Beichtvater. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, ich habe selten so einen schlecht gelaunten Menschen gesehen. Er nahm es mir scheinbar übel, ihn aus seiner Wohlfühlzone geholt zu haben. Mittlerweile beichte ich vor dem Allerheiligsten, meinem Herrgott selbst. Der wahre und barmherzige Gott hat gesehen, wie sehr ich es versucht habe. Daher beichte ich ab jetzt selbst meinem Gott ohne Mittler der Kirche mit freundlichen Kursen. Also ich bleibe mir noch ganz kurz beim Barmherzigkeitssonntag, weil ich das schon hochgehalten habe. Das ist das Originalbild. Ein anderes ist weit verbreitet eben jetzt. Aber das ist das Originalbild. Da wir von Miss Österreich ja aus einer Gebetsbewegung entstanden sind, von der Pauline Marie Charikot, verbreiten wir viele Gebetssachen. Und weil viele nicht wissen, wie man den Barmherzigkeitsrosenkranz betet, hat eben die Gabriela also dieses Blatt gemacht, wo dann genau steht, was man bei jeder Perle betet. Weil es ist zwar der Rosenkranz, aber die Gebete werden anders verteilt. Den soll man in dieser Novene auch beten. Das zweite ist das Bild. Also ich war jetzt viel unterwegs, Kongo, Sambia, heuer dann Kalkutta. Ich war in Lahore, in Pakistan im November. Also überall findest du in jeder Kirche. Also ich müsste wirklich jetzt scharf überlegen, ob mir eine Kirche einfällt, wo du die barmherzigen Jesu-Bilder nicht findest. Das ist ganz weit verbreitet in den lebendigen Kirchen des globalen Südens. Ja, dieses Vertrauen auf Jesus, ja, auf den barmherzigen Jesus. Ich habe auch gesehen in Kalkutta eine Prozession in der Kathedrale dort. Das war gerade Kreuzweg eben, das war noch in der Fastenzeit mit diesem Bild vom barmherzigen Jesus. Also das ist wirklich sinnvoll, das zu verbreiten. Dass Jesus wünscht, das Bußsakrament zu empfangen, ja, das ist natürlich, das ist schon vom Ostermorgen seit 2000 Jahren, ist nichts Neues. Privatoffenbarungen bringen auch nie was Neues, sondern die verstärken nur etwas, was schon da ist, aber was vergessen worden ist. Und die Dekadenz des Bußsakramentes ist uns ja in diesem Erlebnis, in diesem anekdotenhaft geschilderten Erlebnis, dieser Beichtwilligen hier sehr deutlich vor Augen gestellt worden. Einerseits wollen die Leute immer Beichten gehen, dann sind keine Priester da, die Beicht hören wollen und so weiter. Das ist eine Katastrophe, das ist objektiv so. Ich kann immer nur sagen, bitte eben jetzt nützt die Priester auch aus. Ich kann dem Priester nur sagen, bitte gebt Beichtzeiten. Auch wenn niemand kommt, wir haben da ja auch Erfahrungen, wo wir neu gegründet haben, du dann oft Beichtzeiten anbietest und es kommt niemand. Aber dann bitte setz dich trotzdem rein und vielleicht dauert es ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre. Irgendwann kommen die Leute wieder. Das ist die Erfahrung jetzt eben auch. Oder eben, dass man sich neue Formen einfallen lässt, wie man dann eben durch gemeinsame, vorbereitende Gewissenserforschungsgottesdienste und dann eben, dass viele Priester zusammenkommen und dass dann auf diese Weise die Möglichkeit zur Beichte ist. Die Klöster sind hier wirklich gefordert. Hier ist ein Zisterzienserkloster geschildert worden mit einer offensichtlich nicht guten Erfahrung. Ich kann euch nur sagen, mein Kloster in Heiligenkreuz, wir haben das schon seit vielen Jahren eben jetzt, wir haben mehrere Priester, die auch, muss ich sagen, die Bereitschaft haben, gerne Beichte zu haben. Unser Pater Bernhard, wo wir das Beichtbuch auch veröffentlicht haben, also der ist gerne, den muss der Abt immer bremsen, weil sonst würde sich der zu sehr jetzt eben ausnützen lassen, weil Beichte ein ist psychologisch anstrengend. Also du musst ja immer konzentriert sein und so weiter. Es sind immer andere, du hörst ja immer das Negative. Du hörst ja den Sündendreck. Ja, das ist ja nicht was Tolles, was du da hörst. Du hast immer Probleme, du hast immer Leute, die traurig sind, über sich, über andere und so weiter. Also das ist nicht psychologisch so leicht jetzt eben Beichthören. Das muss man sich auch mal vorstellen. Es ist aber der wichtigste Dienst, den man geben kann. In Heiligenkreuz kann man immer kommen, da gibt es auch eine Beichtglocke und es gibt ganz viele reguläre Beichtmöglichkeiten. Eines möchte ich schon sagen, also so dramatisch komme ich das nicht vor 30 Kilometer dafür zu fahren. Also da gibt es Leute, die fahren weiter, um jetzt eben Beichten zu gehen. Bei uns fahren viele zum Beispiel nach Mariazell, um Beichten zu gehen. Das liegt in den Alpen, also von Wien zwei Stunden, mindestens mit dem Auto. Also solche Ballfahrtsorte sind sehr, sehr gefordert. Den Priestern möchte ich nur raten, bitte macht es unkompliziert. Gebt Zeiten an und dann setzt euch bitte in den Beichtstuhl und macht Werbung dafür. Die Leute werden kommen. Und es ist eigentlich unser wichtigster priesterlicher Dienst, das jetzt eben anzubieten, weil es sich der Herr selbst der Vergebung schenken möchte. Bitte, bitte gebt euch einen Ruck und ihr Gläubigen, die er zu hat, nützt das dann bitte auch aus. Dennoch ist es so, wir strahlen ja im ganzen deutschsprachigen Raum aus und es können nicht alle nach Heiligenkreuz gehen oder haben auch nicht die Möglichkeit, in einen Weifahrtsort zu gelangen und so weiter. Was machen denn diejenigen am Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, die gar nicht beichten würden, aber vielleicht wegen einer Diasporasituation gar nicht die Möglichkeit haben? Erstens gilt ja die Regel, im Umfeld von zwei Wochen kann man so eine Beichte ablegen, vorher und nachher. Es muss nicht an dem Tag selber sein, das ist Lehre der Kirche. Und das Zweite ist auch, was kann man an dem Tag selber tun, Paragal? Naja, also Heilige Messe, Gottesdienst und dann eine besondere Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Also ich habe das nicht gesagt, aber bitte, verbreitet es das. Es ist wirklich eine sehr, sehr komfortable und gute Anleitung, wie man denn betet, den Barmherzigkeitsrosenkranz. Der ist ja wahnsinnig kurz, ich glaube, der dauert acht Minuten oder so, der Barmherzigkeitsrosenkranz. Und es ist ein sehr intensives Gebet durch diese dauernde Wiederholung, durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber war man mit uns und mit der ganzen Welt? Also ich würde sagen, dann auch eine besondere Sorgfalt für Beziehungen in der Familie, dass man schaut, dass man miteinander eben jetzt Zeit verbringt. Also so, wie es Jesus halt gesagt hat. Ich muss dazu noch was sagen, Thomas, und ein bisschen jetzt die Priester verteidigen, weil wir das in Heiligenreuth schon auch so erlebt haben. Da kamen dann immer am Barmherzigkeitssonntag jetzt eben so Gruppen und die wollten dann am Barmherzigkeitssonntag beichten. Und wir waren wirklich alle erschöpft von der Liturgie von Ostern. Also vor Ostern so viel Beichte gehört und so weiter bei uns und dann nach Ostern. Also ich will den Priester, der da so ein bisschen muffig war, nicht verteidigen. Aber man muss auch Verständnis haben, dass es noch nicht so etabliert ist, in der Kirche danach zu realisieren, dass jetzt eben Jesus auch am Barmherzigkeitssonntag wieder die Beichte nimmt. Wenn es nicht geht, du hast es ganz richtig gesagt, die Kirche hat die Vorschrift, in der österlichen Zeit beichten zu gehen. Und ich würde sagen, also zwei Wochen hast du da gesagt, auch wenn es ein bisschen länger her ist, dass man beichten war, wenn man keine schweren Sünden begangen hat und so weiter, und man die Gnade der Reue jetzt eben erweckt, dann wird Jesus einem die Gnaden der Barmherzigkeit sicher nicht verweigern. Aber es soll eben der Barmherzigkeitssonntag bewusst begangen werden, das ist der Wunsch von der Schwester bzw. von Jesus gegenüber der Schwester Faustina Kowalska. Wir haben eine Zuschrift zum Tagebuch der Schwester Maria Faustina Kowalska, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Karl Wallner, sehr geehrter Herr Dr. Thomas Rimmel. Ich beschäftige mich regelmäßig mit diesem Buch, von daher weiß ich, dass man am Karfreitag die Novene zur göttlichen Barmherzigkeit beten soll. In diesem Buch werden die Aussagen Jesu kursiv dargestellt. So steht auf Seite 242, meine Tochter kündet der ganzen Welt von meiner unbegreiflichen Barmherzigkeit. Ich wünsche, dass das Fest der Barmherzigkeit Zuflucht und Unterschlupf für alle Seelen wird, besonders für die armen Sünder. Die Menschheit wird keinen Frieden finden, solange sie sich nicht zur Quelle meiner Barmherzigkeit hinwendet. Nun ist es aber so, dass ich evangelisch bin. Und mein verstorbener Ehemann katholisch war. Das Bild mit der Unterschrift, Jesus, ich vertraue auf dich, hatte er in seinen Autopapieren. Auch ich als evangelische Christin freue mich über die Botschaft Jesu in diesem Buch, zumal die Ereignisse stattfanden im vergangenen Jahrhundert, in dem sie und ich schon auf der Welt waren. Frage. Ich bin von dem Wahrheitsgehalt dieses Buches überzeugt und stelle die Frage an Sie, wie soll ich als evangelische Christin das Fest der Barmherzigkeit bezüglich heiliger Kommunion begehen? Da es in der evangelischen Kirche nicht jeden Sonntag ein Abendmahl gibt, könnte ich doch zu einem späteren Termin gehen. Wäre das eine gute Idee? Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und freue mich immer wieder auf Ihre Sendungen. Herzliche Grüße. Ich antworte mit einer Einladung darauf, katholisch zu werden oder darüber nachzudenken, katholisch zu werden. Ja, weil Abendmahl und heilige Kommunion ist nicht dasselbe. Also das eine hängt von der persönlichen Gläubigkeit ab. Das andere ist etwas, wo Jesus jetzt eben durch die Wandlung zu uns kommt. Und die Schwester Faustina Kowalska war katholisch und das ist ein Angebot jetzt eben in besonderer Weise. Was ich sehr löblich finde, und das ist ja ganz stark in der evangelischen Kirche beziehungsweise bei Martin Luther, ist dieses persönliche Vertrauen auf die vergebende Liebe Jesu. Die geschieht aber bei Martin Luther durch den Glauben. Also durch meinen subjektiven Glauben, also eine Form von innerer subjektiver Überzeugung, die ich habe, dass Jesus mir vergibt. In der katholischen Kirche haben wir den Priester. Also die Apostel, die am Ostermorgen von Jesus das Wort hören, empfangt den heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Also es tut mir, ich freue mich, dass hier, diese evangelische Christin eine so persönliche Hochachtung gegenüber der Schwester Faustina und dem barmherzigen Jesus und so weiter jetzt eben haben. Aber ich kann hier nicht anders, als die zu bitten, zu überlegen, ob Jesus sie nicht auch direkt einlädt, jetzt eben die Fülle dessen, was er uns durch die Sakramente schenkt, nämlich Beichte und heilige Kommunion in der katholischen Kirche zu empfangen. Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Herr Pater Wallner, wir haben hier einen Priester, der nicht an die Hölle glaubt. Für mich kann dieser Mann kein guter Priester mehr sein. Auf die biblischen Aussagen zum Feuer der Hölle will ich nicht weiter eingehen, aber zwei andere Beispiele will ich erwähnen. Warum beten wir dann nach jedem Gesetz des Rosenkranzes, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle? Dies aufgrund von entsprechenden Aussagen der Gottesmutter bei ihren Erscheinungen in Fatima. Im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina Kowalska, die ja viele Visionen hatte und einmal dabei auch einen Blick in die Hölle tun dürfte und weil er auch sah, was für Seelen dort waren, können wir lesen unter der Nummer 741. Dort sind meistens Seelen, die nicht an die Hölle geglaubt haben, mit freundlichen Grüßen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, was soll ich dazu sagen? Also es ist ein Bestandteil der Offenbarung, dass Gott uns Freiheit gegeben hat und dass er diese Freiheit bis ins Letzte respektiert und dieser letzte Respekt, den Gott gegenüber unserer Freiheit hat, ist auch der Respekt davor, dass wir uns gegen ihn entscheiden. Und das nennen wir dann eben Hölle. Und was soll ich dazu sagen? Ich weiß, dass es in der Theologie hier unendlich viele Modelle gibt, die davon abweichen, dass es Priester gibt, die dann auch irgendwie bloß resigniert sind und sich denken, es nutzt eh nichts, ich arbeite, ich laufe und so weiter und die Leute interessieren sich nicht. Dann schwenkt man sehr schnell in so eine irenische Appeasement-Theologie. Es kommen eh alle, alle in den Himmel und Gott ist eh ein lieber, guter Mann und so weiter und so fort. Was dann völlig unverständlich bleibt, ist, warum Jesus am Kreuz stirbt. Also warum er sich das antut, denn warum dann so kompliziert? Dann braucht er ja nur sagen, also ihr habt zwar gesündigt und ihr seid zwar furchtbar und ihr macht Weltkriege und Atombomben und Genozide und alles, aber eben jetzt, es kommen eh alle, alle in den Himmel. Dann hätte er seinen Sohn nicht ans Kreuz geben müssen, um diese Einladung auch auszusprechen, dass wir in Freiheit an ihn glauben. Also es ist ziemlich unlogisch, nicht an eine Hölle zu glauben, um das mal so zu sagen. Aber es ist ein bisschen müßig, darüber zu reflektieren, was Priester alles für Privatmeinungen oder subjektive Glaubensvorstellungen entwickelt haben, weil oft hat man das Gefühl, jeder macht sich auch bei uns seine eigene Kirche unter Katechismus oder was in der Offenbarung steht und so weiter. Das ist, ich weiß es besser, nicht so auf die Art, ich weiß es besser. Also ich bin da ganz dagegen, nicht nur, weil ich Theologieprofessor bin, sondern weil ich, wie soll ich sagen, auch persönlich, wenn ihr wüsstet, wie ich daneben war mit 16 Jahren und was ich damals alles für irre gehalten habe, was die katholische Kirche geglaubt hat. Und für mich war es dann ganz, ganz entscheidend auch, dass ich durch gute Theologen, wie Hans-Urs von Balthasar, manches auch von Karl Rahner und so, also da wirklich hineingeführt worden bin, in die zwar Komplexität, aber auch in diese Erkenntnis, das, was die katholische Kirche glaubt, ist nicht selbst davon. Das ist nicht, da steckt dahinter, dass Gott sich auswortet, dass Gott sich offenbart hat und das ist das Wesen dessen, was wir glauben. Nicht eine religiöse Idee, die sehr schnell ein Götzenbild wäre oder eine Götzenidee, sondern eben jetzt die Wahrheit Gottes, die dahinter steckt. Aber bitte betet es für die Priester und bitte nehmt es auch wirklich den Glauben ernst, weil Gott selbst hat uns ernst genommen, noch einmal, indem er seinen Sohn als die Barmherzigkeit geoffenbart hat, mit einem Herzen, das sich am Kreuz hat, aufstechen lassen. Betet es auch ganz viel, aber tut es euch nicht ärgern über die Priester und über die anderen, die daneben liegen. Betet es lieber für uns, dass wir in der katholischen Kirche unseren Dienst jetzt eben treu machen, als Priester und als Verantwortliche für die Zukunft des Glaubens. Ich habe hier einen Rosenkranz, den haben klausurierte Schwestern in Sizilien geknüpft und mir geschenkt, Benediktinerinnen. Und ich möchte noch die Gelegenheit nutzen, auch was zu sagen zu diesem Rosenkranz der Barmherzigkeit. Jesus hat versprochen, und den kann man natürlich über den Barmherzigkeit-Sondag hinaus immer beten. Ich bete ihn sehr gern. Jeder, der ihn betet, wird meine Barmherzigkeit im Leben und besonders in der Todesstunde erfahren. Sollte es der verstockteste Sünder sein, falls er nur einmal diesen Rosenkranz betet, wird ihm die Gnade meiner unendlichen Barmherzigkeit zuteil. Werde bei einem Sterbenden gebetet, besänftet sich der Zorn Gottes und eine unermessliche Barmherzigkeit umfängt mit Rücksicht auf das schmerzliche Leiden des göttlichen Sohnes, diese Seele. Vater Karl, ich finde das wunderschöne Verheißungen, aber da ist halt auch vom Zorn Gottes die Rede. Das wird manche verstören. Ja. Ja, also Gott ist halt ein eifersüchtiger Gott. Also es ist ja so, wann du verheiratet bist und dir ist wurscht eben, wann deine Frau, wie soll ich sagen, anderen Männern schöne Augen macht und das tut nichts mit dir. Das muss jetzt nicht Zorn sein. Aber wenn dir das egal ist, was ist das dann für eine Liebe? Und die Liebe Gottes ist eine eifersüchtige Liebe und in diese Richtung geht es bei dem Thema Zorn Gottes. Aber ich möchte eigentlich einladen, wirklich, dass ihr den Barmherzigkeit-Rosenkranz betet. Ich habe mir selber immer schwer getan, ja, weil da wird eben der Rosenkranz anders verwendet, ja. Also zu den einzelnen Perlen werden andere Gebete gesprochen als beim klassischen Rosenkranz. Und ich bin ja eben ein alter, alter Dackel, ja, und habe mit 16 dann den Rosenkranz gelernt, den normalen, und dann plötzlich von der Schwester Faustina Kowalska da jetzt andere Gebete zu den Perlen. Und deshalb habe ich auch die Gabriela gebeten, dass sie diese Gratis-Broschüre machen soll. Sie stammt ja aus Polen, die ist die, also Schwester, die Mitarbeiterin Gabriela Wozniak, die für die Gebetsbewegung Gott kann, zuständig ist. Und wir verteilen das gratis, ja. Und da kann jeder mit dem ganz leicht dann jetzt eben den Barmherzigkeit-Rosenkranz beten. Und bitte, Thomas, das ist eine Einladung, wenn ihr von Miss Österreich Gebetshilfen braucht, wir haben so viel veröffentlicht, für den verstorbenen Papst Benedikt, dann haben wir das Erzengel-Michael-Gebet veröffentlicht, wir haben das Gebet für die geistliche Kommunion veröffentlicht und so weiter. Wir verteilen das gratis, weil wir als päpstliche Missionswerke zwar die Aufgabe haben, natürlich Spenden für die wachsende Weltkirche zu sammeln und so weiter, aber eben jetzt in erster Linie auch die Menschen zum Gebet missionarisch hier jetzt eben zu motivieren. Also wenn es ihr euch interessiert, wie man den Barmherzigkeit-Rosenkranz betet oder Werbung dafür machen wollt, wir schicken euch, wenn es ihr 100 braucht oder 1000, wir schicken euch ja 1000, ich lasse nachdrucken, ja, aber bitte macht es Werbung dafür und betet es eben so, wie Jesus das von der Schwester Maria Faustina Kowalska gebeten hat. Übrigens hier ist auch drinnen das Bild von ihr, da ist sie mit diesem Originalbild zu sehen. Ja, verbreitet worden ist dann das andere, aber das befindet sich in Vilnius, dieses Bild und wir haben extra dieses genommen, ich habe das auch in der Hochschule in Heiligenkreuz als Rektor zweimal groß aufhängen lassen, eben weil es auch einem persönlich hilft, in diese Beziehung zu Jesus zu kommen, wie sie auch diese, sogar diese evangelische Frau hier bestätigt hat und das ist das allerentscheidendste, Jesu Jesus, ich vertraue auf dich, dass ich persönlich auf diese Barmherzigkeit Jesu vertraue. Das bringt mich in einen anderen Zustand und wenn ich dann gut und gläubig lebe, dann bringt es mich auch in das ewige Heil. Und das Schöne ist, dass Jesus auch versprochen hat in diesen privaten Offenbarungen, allen, die seine Barmherzigkeit anrufen oder verkünden, ich selbst werde es in der Stunde des Todes verteidigen, wie meine Ehre. Pater Karl, ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen. Ja, ich muss mal schauen, ob da was ist. Ich nehme einfach dieses herausforderndste Gebet, das hier drinnen steht, wo es um die Aufopferung geht. Und dann bitte ich das Vaterunser. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein, für Ihre Zuschrift. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen. Und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, Frieden, Frieden für die ganze Welt. Sellers ингiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiina.